ARD Text im Auftrag von Funk Und die Corona und meine Kinder wurden von mir gefresst Ich mach mich einfach nur noch alles fertig Ich find die Stille nicht mehr Die Erleuchtung so macht keinen Sinn Ich bin einfach nur mein ganzer Kopf ist am explodieren Du Befalleber Ich geb dir jetzt erstmal kurz ein heiliges Holz Pass mal auf Hier Es ist ganz einfach Die Reise geht nach innen Danke Meister Danke Danke Ja Ja Hey Leute Hallo Hallo Willkommen zu einem neuen Video Meditation Theorie und Profil Auf Profil sind einfach nur meine persönlichen Daten Es gibt eine Premium Option die wir jetzt aber noch nicht haben Weil wir testen die App ja gerade erst Also weiter zur Theorie Hier gibt es acht Chapter wenn ich das richtig sehe Und das oberste Kapitel was wir anklicken können ist der Fortschritt in der Meditation Hören wir mal rein Wie erkenne ich eigentlich dass ich Fortschritte in meiner Meditationspraxis mache Voll cool Ja es gibt also echt einen Reiter der heißt Theorie wo so ganz viele Grundlagen einmal erklärt werden Einmal die Basics Irgendwie auch die Körperhaltung nochmal genau erklärt bekommt Körperhaltung in der Meditation Wake Einführung in die Meditation hier wird echt nochmal ein bisschen Theorie gut gemacht Wenn man ganz neu in dem Thema ist sehr anfängerfreundlich ich finde auch echt ein paar Coole Vergleiche mit dem man was anfangen kann Das ist wenn man beginnt zu meditieren ist es wie als würde man eine Klangschale anschlagen Danke sehr Und wenn man Fortschritte macht oder im Fortschritt geht es ganz viel darum diese Klangschale länger klingen zu lassen Kommen wir also zum für uns wichtigsten Reiter weshalb wir irgendwie hier sind Der wirklichen Meditation Mal schauen was uns das erwartet Hier haben wir einmal Kurse, Singles und Timer Finde ich gut dass er hier auch gleich Singles vermittelt Dass man da irgendwie auch sich einen Partner suchen kann mit dem man meditiert Sehr wichtig Bei Singles gibt es also so einzelne Meditationen die nicht Teil eines Kurses sind Also nicht Teil von mehreren Lektionen Sondern die liegt nicht eine einzelne Lektion Und das wird dann auch relativ konkret Lausche deinem Atem, Lichtmeditation, coole Kiste Und Anapana, wovon ich echt noch nie gehört habe Wollen wir mal eben reinhören? Ja, hören wir doch mal ein Anapana, weniger Anweisung Hi, ich heiße dich von Herzen willkommen zu dieser Anapana Meditation Der Achtsamkeit auf den Atem Nimm eine entspannte und aufrechte Meditationshaltung ein Schließe langsam deine Augen Coole Kiste Timer einmal noch kurz bevor wir zu dem wichtigsten Punkt kommen, den Kursen Bei Timer, ach wie geil Bei Timer kann man einen Gong einstellen Ach was Ist ja geil Und sogar die Zeit zwischen den Gongs Wenn man nicht so reich ist wie wir Und einen eigenen Gong hat Dann wird anstrengend Danke Und man kann hier sogar noch die Zeit, die Länge der Meditation einstellen Bis zu 60 Minuten Das ist auch relativ cool Ich glaube länger braucht man für den Anfang auch erstmal nicht Genau, das denke ich auch Und sonst, wenn ich jetzt auch Meditation Dann kommen wir jetzt also vom Timer einmal zum Part der Kurse Gibt es einmal Grundlagenkurs und Atemgewahrseinkurs Zumindest für die Testversion von uns Schauen wir mal in die Grundlagen rein Lerne die Grundlagen von Meditation und Achtsamkeit So unter dem Slogan steht das Und die erste Lektion heißt Ankunft Menschliches Dasein Da ist ein Text Wenn ihr einmal die einzigartige Möglichkeit erkannt habt Die das menschliche Dasein euch bietet Werdet ihr zweifellos mit aller Kraft danach streben Sie voll und ganz zu nutzen Es scheint fünf Kapitel in der Lektion zu geben Zweites Kapitel ist Was ist Achtsamkeit? In der ersten Lektion vom Grundlagenkurs werden hier also vor allem einfach so ein paar Theoretische Grundlagen geklärt Wie man denn überhaupt startet Was sind die Begriffe, um die sich die Meditation dreht Wie im Grunde genommen der Theoriepart Nur nochmal kurz zusammengefasst Die Haltung Jetzt wird es interessant Da schauen wir doch mal rein Da sagt auch übrigens jeder Mensch was anderes Es gibt natürlich so eine grundsätzliche Idee für eine Haltung bei Meditation Aber genau wird es dann doch von Person zu Person unterschiedlich Du solltest nicht einschlafen, aber auch nicht verspannt sein Mach das doch mal vor jetzt hier Ich gebe dir jetzt mal Tutorial Mach mal Also pass auf Achte darauf, dass du keine Anspannung in deinen Beinen verspürst Joa, das lässt sich mal, ne? Aber pass auf, jetzt kommt es Die Schultern lässt du leicht nach hinten und unten sinken Schultern nach hinten Und da unten Los, weiter da unten jetzt So ist gut Der Blick ist gesenkt Runter mit Weiter runter So So sieht das gut aus Lass ihn kein Holekreuz entstehen Und jetzt starten wir in die Meditation Einfach so bleiben So Meditation, das gewohnte neu entdecken Sehr, sehr geile Überschrift Finde ich total cool Das ist eigentlich das Motto unter dem Ich Meditation auch verstehe Jetzt kommt hier also doch ein MP3 Und da werden wir jetzt erstmal ein bisschen reinhauen Auf in die Grundlagen Yes Ich heiße dich von Herzen willkommen zur ersten Sitzung im Mindbuilding Grundlagenkurs Nimm eine aufrechte und dennoch entspannte Haltung ein Und lasse die Augen noch ein wenig geöffnet Korrigiere deine Haltung Sodass du in dieser Position Was für eine coole Meditation Das war voll gut Ich bin jetzt fast ein bisschen zu meditativ für ein YouTube Video Mega Aber ich bin richtig gehypt auf Lektion 2 Die Lektion ist 10 Minuten Das heißt da kann man auch tatsächlich vielleicht, wenn man will, 2 am Tag machen Versuche dieses Gefühl im Alltag mit dir zu tragen und sich immer wieder daran zu erinnern Das heißt es ist nochmal die Aufforderung Dass man das, was man jetzt gelernt hat in der Zeit, die man mit Manuel hier verbracht hat Dass man die auch noch mit in den Alltag nimmt Sehr geil 1 zu 2 Der Atem Der Atem Gegenwärtigkeit Ach cool, ein Zitat von Eckart Tolle Ey Durch Selbstbeobachtung kommt automatisch mehr Gegenwärtigkeit in dein Leben In dem Moment, wo du erkennst, dass du in der Gegenwart bist, bist du gegenwärtig Das ist so ein Eckart Tolle Achtsamkeit ist wie ein Muskel Jedes Mal, wenn wir die Aufmerksamkeit zurückbringen, ist es wie ein Bizeps Girl Halleluja Das waren dieses Mal nur 4 Schritte, jetzt geht es schon wieder rein in unsere nächste Meditation Der Atem als Anker Den Grundlagenkurs komplett durch Den Grundlagenkurs komplett durch Wirklich loszulassen, noch tiefer in unsere Meditation zu kommen Ich bin schon, bin ja schon erleuchtet, aber es ist fast, als wäre ich auf einem Erleuchtungsgrad, der blendend ist Lektion 6 Verständnis entwickeln Das Bewusstsein ist wie ein Spiegel Gedanken kommen und gehen, du brauchst nichts zu verändern Und los geht's In der Meditations- und Achtsamkeitspraxis entwickeln wir ein besseres Verständnis über uns selbst Lasse diesen Prozess des Kommens und Gehens zu einem Zustand der inneren Gelassenheit werden Cool Also dann, Lektion 9 haben wir hinter uns Es ging jetzt vor allem darum, den Denker nochmal aktiv zu beobachten Ein bisschen in das Selbst hinein zu forschen Zu schauen, was ist das Unveränderliche, das immer da ist Und die Lektion hat es in sich Das war schon cool Allerdings, ich glaube, ich merke auch schon so ein bisschen was Erspürst du ein bisschen was? Mein Wesen, so innerlich, da verändert sich schon ganz viel Und hiermit dürfen wir also in die letzte Lektion reinschauen Ja Lektion 10 Cool, bin gespannt Mal schauen Der Innenraum der Seele Der Seele Wieder die Frage, warum meditierst du? Lektion 10 wird wahrscheinlich ein bisschen Reflexion sein Denn die Frage, die uns hier gestellt wird, ist Wie leicht fällt es dir mittlerweile, deine Aufmerksamkeit stabil auf deinem Atem zu halten? In Ordnung, bist du bereit für die letzte Lektion? Yes Rom Shanti, let's go Ich heiße dich von Herzen willkommen zur 10. Sitzung im Mindbuilding Grundlagenkurs Wenn du abschweifst, dann urteile nicht darüber Egal wie lange es war Beginne immer wieder von vorn Als wäre es der erste Moment deiner Meditation Das war also Lektion 10 Und damit haben wir auch den Grundlagenkurs in der Meditation von Mindbuilding abgeschlossen Wie fühlst du dich? Leer Ich spüre diese Stille Ich habe keine Gedanken mehr So fühlt es sich an Wenn ich kein Ego habe Ich habe neue geistige Stärke finden können Neuen Mut Ich stehe nun mit beiden Beinen wieder auf dem Boden Ich fühle nun, was es heißt, Gott geworden zu sein Ja, ich habe es jetzt verstanden Das ist Erleuchtung Er hat es also geschafft Ungehegend cheat leert leert denn ich scheint